4 Wochen vor Weihnachten beginnt die Adventscheid. Der Brauch ist an einem Adventscheid vier Kälte für den Sonntag. Jeden Sonntag entzünden wir eine Kälte. Das Lied der Kälte ist im Christentum ein Zimmel der Hoffnung. Zu Weihnachten werden Weihnachtslieder gesündet. Das bekannteste Deutsch-Weihnachtslieder ist »Stille Nacht«. In meiner Familie singen wir »Rosich Toros«, »Rosich Toros« und so weiter. Weihnachten ist Christentum spät der Geburt Jesu Christi. Der erste Weihnachtstag fällt auf dem 25. Dezember und feiern die Geburt Jesu in Bethlehem. In meiner Familie ist es der schönste Tag im ganzen Jahr. Weihnachten. Wie wir erst zu verkehren, ist ein Spiel und wird heute zum Jahr. Zu Weihnachten schickt man Weihnachten an Verwandte und Verwandte. Die ganze Familie schmuckt einen Weihnachtsmittel mit Weihnachtsmittel und kaufte Geschicke. Zu Weihnachten essen wir traditionelle Sitz. Meistens sind das Gute oder ganz. In Braten isst man meistens Gute mit Nizzi als Beilage. Meine Mutter und ich packen auch Plätzchen zu Weihnachten. Viele Leute geben zu viel Geld vor Weihnachten aus. Jeder versucht die richtigen Geschenke vor den Liebsten zu kaufen. Ich wünsche mir zu Weihnachten ein neues Candy in mein Leben und viel Gesundheit zu machen. Zu Weihnachten wünsche ich mich, dass meine Familie und ich gesund sind. Als Geschenke wünsche ich mir einen neuen Mantel, Willenslosigkeiten und mehr Taschengeld. Im neuen Jahr wünsche ich, dass das Auto nach Deutschland fahren oder fliegen kann und dass meine Familie glücklich ist. Ich war sehr gut dieses Jahr. Deshalb wünsche ich mir zu Weihnachten eine neue elektrische Gitarre. Ich wünsche mir zu Weihnachten eine Reise nach Berlin. Ich wünsche mir im neuen Jahr viel Gesundheit, Liebe und Freude für meine Familie und mich. Ich wünsche, dass alle Menschen glücklich sind. Wann beginnt die Adventszeit? Wie oft zündet man Kerzen auf dem Adventskranz? Was symbolisiert das Licht der Kerze? Wann fahrt man Weihnachten? Was feiert Weihnachten? Was schickt man zu Weihnachten? Womit schmückt man den Weihnachtsbaum? Was kauft man für Verwandte und Freunde? Wie heißt das bekannteste deutsche Weihnachtslied? Wo siegt man Weihnachtslieder? Was wünschen sich Jugendliche zu Weihnachten? Das war's für heute. Das war's für heute.